Zwei Zwillinge gehen zum Tierheim und kaufen sich zwei Tiere. Wo sind unsere Tiere? Mädchen ohne Kräfte, das sind doch doofe Säfte. Aus denen machen wir was Besseres. Oh nein, sie haben uns entdeckt. Warum könnt ihr sprechen? Das Tierheim ist kein gewöhnliches Tierheim, sondern ein magisches. Wollt ihr auch Kräfte haben? Ja, cool, ich kann fliegen. Ja, cool, ich kann fliegen.